Hallo und herzlich willkommen zur Frage des Tages. Vor kurzem hat sich in Deutschland das Organspende-Gesetz verändert. Deswegen wollten wir mal wissen, was die Leute so zur Organspende zu sagen haben. Also ich finde, Organspende ist ein wichtiges Thema, für das sich mehr Leute interessieren sollten in der Gesellschaft. Und ich finde auch, dass mehr Leute einen Organspendeausweis besitzen sollten, weil ich tue das auch und deswegen sollen das andere auch tun. Ja, Organspende finde ich ganz wichtig. Sollte auf jeden Fall jeder machen. Also nicht verpflichtend sein, aber auf jeden Fall so, wie es jetzt angedacht ist, dass jeder so persönlich sich entscheiden muss. Nicht, dass es so freiwillig ist, dann ist es dem meisten wahrscheinlich zulässig. Also an sich finde ich, ist das eine gute Sache. Bloß es kommt nur darauf an, was man spendet. Also ich persönlich würde es auch machen, aber ich würde nie meine Augen hergeben oder irgendwas, was auch so ein bisschen die Seele ausstrahlt. Ich finde es schon gut, aber ich weiß nicht, ob ich das selber machen würde. Also ich finde es schon sinnvoll, wenn, also ich kenne auch einige Freunde von mir, die das auch machen, aber bisher habe ich mich irgendwie nicht dazu durchgerungen. Ich weiß nicht. Es ist halt trotzdem so ein komisches Gefühl oder ein komischer Gedanke, wenn man weiß, dass dann eben, jetzt wenn man selber so einen Ausweis hat, dass man eben weiß, dass die eigenen Organe einfach so rausoperiert werden und wem anderes eingesetzt werden. An sich finde ich schon, ist es eine gute Sache, aber ich weiß nicht, ob ich es echt machen würde. Ja, finde ich generell sinnvoll mit Organspende. Und wenn das dann ordentlich vonstatten geht, würde ich auch das eine oder andere Organ meiner sterblichen Überreste da spenden. Ich habe schon seit über zehn Jahren immer einen Organspendeausweis bei mir in meinem Portemonnaie. Ich bin voll und ganz dafür und was nach meinem Tod mit mir geschieht, ist mir sowas von egal. Ja, finde ich wichtig, weil wen interessiert das denn, wenn man tot ist, was dann mit seinem Körper passiert. Also wegen meiner kann man mich in eine Biomülltonne schmeißen danach, aber wenn meine Organe dann noch zu irgendwas zu haben sind, warum nicht? Raus damit. Wollte man machen. Ja, da scheinen sich ja alle einig zu sein, dass Organspende eine gute und eine wichtige Sache ist. Ob man es dann macht oder nicht, ist ja jedem selber überlassen. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das ja schon mal, ist man auf dem richtigen Weg. Hier, hier. Komme ich jetzt im Fernsehen? Hallo? Komme ich jetzt im Fernsehen? Kommst du? Okay? Was macht ihr denn damit? Komme ich jetzt im Fernsehen? Hallo Mama, hallo.